Da war Sniper-Munition noch mit. Ah, ich hab voll. Kurz gucken. Radgeschwindigkeit ist größer, Magazin ist größer, Genauigkeit ist gering, Feuerrat ist geringer. Matej, nicht? Ui, das ist auch ein Gerät, ey. Ich kriege immer so schlichte Waffen, du hast immer so leuchtende Sachen. So, ja. Na, ich hatte auch schon mal einen grünen Sniper. Aber jetzt gehen wir zurück. Kawumabums. Oh, wurdest du wieder bespritzt von der Toilette? Oh, geil. Ja, ja. Ein Toilettenspritzer. Renn, spring. Oh, ich hab genau 8000. Jetzt feiern wir ne Party. Boom. Sehr voll gefährdet. Siehst du, wie das Ding anfängt zu biepen? Gut, ich hab jetzt gelernt, ich geh ein bisschen weg davon. Ah, scheiße. Wie kommen wir nochmal da hin? Das ist ne gute Frage, ne? Ja. Oh, so geht's. Oh, geil. Guck mal nach oben. Boah, das ist ja auch... Das ist aber kacke. Ja, ja. Wer geht denn da hin? Hm. Wenn du vielleicht mit Auto fährst oder was, keine Ahnung, wenn der Auto gibt. Glaubst du zwar nicht, aber das wär fatal. Ja, pass auf. Du hast es mit den Dingern. Hab grad fast nur in die Luft gejagt. Was ist die alte denn? Na, da oben. Ne. Da. Jetzt bin ich gespannt. Ein Foto mit Roland gemacht. Boah, die will uns nicht hier drin haben. So, fies. Kann doch mal runtergucken. Stirb. Was? Sehr schnell, Bart. Tee, keine voller Blut. The fuck. Mach die da. Das ist das Dissenschwisse. Ja, und die hat einfach die Dinger da reingesteckt. Nimm die ja schon. Okay. Tiny Tina veranstaltet eine Tee-Party und benötigt deine Hilfe. Gut, dann befreien wir ihn mal. Das garantiert eine Stoffhase. Den hier. Wo ist die Quest denn? Holy shit, dieser Marsch der Welt. Wir haben kein Auto. Ich glaube, seine Mutter hat ihm verboten. Mit dem Sprechst. Ich würde es überreden, ihnen meine Obwuch zu geben. He he. He he. Machen wir den mal. Ah, da kann man einkaufen. Kann man? Ja. Ja, da gibt's Guns. Ich bräuchte mal was zum Healen. Kann ja Raketen kaufen. Obwohl ich mir irgendwann, was ich verticken kann. Ja, das Ding. Sniper bin ich mir noch nicht so sicher. Obwohl, 40 mehr Schadengenauigkeit. Ein bisschen nur weniger. Ja, die kann weg. Lassen wir uns wirklich so weit nur behalten. Viel Glück. Oh, wenn ich 10.000 hab an Asche, dann gibt das auch irgendwas Tolles. Vielleicht ein Badass-Rang oder so. Jetzt dürfen wir da erstmal hinlatschen. Der hat Spaß, ne? Äh, äh. Ui. Uuu. Hi. Ich wusste, du schießt da rauf. Ich wollte auch mich umdrehen und mich recht draufballern. Dance chr. Bier und Büxel. Die hol ist sie später ab. Holy shit. Da holst du meine Schilder. Böse, böse. Bist der Puppe am Stück? Du brennst. Ja, aber das ist ne Pate. Jetzt kommen die kleinen Viecher wieder. Ich kann die alle kaputt messern. Boah. So, hier irgendwo. Ich schwöre, das ist ne Stoffhase. Ich schwöre, das ist ne Stoffhase. Au. Au. Ah, hier. Gott, du Mistviech. Bin ich gut oder bin ich gut? Du bist Tor. Ja. Oh, shit. Madame von Bartleby. What the hell? Alter. Aber das Viech übertreibt. Jetzt komm mal her. Viech wärts egal. Oh, gut. Bitte, bitte nicht. Ja. Ja, wunderbar. Ja. Ja. Ein Klassen-Mod. Für den Kommando. So, jetzt... Machen wir das Viech. Ah, da. So ne Puppe ist das. Sag ich doch. Keine Ahnung, aber ne Puppe. Okay. Die muss ich aus den Helikoptern ne T-Kanne basteln. Okay, jetzt die brennenden Teile. Alter. Alter. Ja toll, ey. Die Teile sind ja mal überall jetzt verstreut. Also komm ich hier wieder raus, Freunde. Oh, ist dort Ruhe. Toll. Da liegt der Teil. Was der hell, das waren Kekse. Krumpet sammeln. Stimmt. Wollte die ja haben. War bei dir was Feines drin? Ne. Oh, gut. Was sagst du jetzt nur, damit ich da nicht hingehe? Ja, da ist nix. Ma, ist ja gut hier. Jetzt müssen wir mal hier laufen ein bisschen. Ja, müssen wir Copter-Teile besuchen. Ich renne schon mal rüber, hol das Ding. Du knall da schon mal was runter. Ja. Ah. Oh, die Puppe habe ich gefunden. Hole Prinzessin Fluffybutt. Das ist das Ding, was du gerade gesagt hast mit der Puppe. Okay, wir haben die quasi die T-Kanne. Obwohl, ne. Die T-Kanne macht's aus den Helikoptern. What the fuck? Was tötet mich denn hier? Ich komme. Die Helikopter, die töten einen. Was bist du denn, ey? Ah, da stehst du wieder. Siebzehn. Pinglauer, siebzehn. Oh, 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 oh. Wo ist die Bombe? Ich habe sie gehört. Ne, der hat Teile gedroppt. Wer der ist Copter? Fucking hell. Alles klar. Ja. Jetzt müssen noch Prinzessin Fluffybutt und Sir Reginald. Reginald. Genau, Reginald. Die müssen Platz nehmen. Ich mache mich unsichtbar. Ich mache mich unsichtbar. Dann feiern wir eine Party. Jo. Toll. Ne, drüber springen. Ich mache mich noch mal. Ja. Ich mache mich noch mal. Ich habe hier eine Party. Ich mache mich noch mal. Es ist relativ weit. Hui Na komm hier drüber Wieder eine Bombe mitgenommen Nee, nee, nee What the fuck Ja, wir müssen die Platz nehmen So, eins Zwei What the fuck Is that creepy, ey Er ist ja noch jung Die Party kann beginnen, doch der Ehrengast fehlt Flashstick Ja, machen wir Wir müssen mal aufleveln Nehmen wir denn wieder Ja, das ist ganz gut Und was habe ich dann? Killskill Das Töten eines Feindes erhöht für ein paar Sekunden Deine Bewegungsgeschwindigkeit, den Nachkampfschaden Und deine Schusswaffenschaden, auch nicht schlecht Exekution muss ich gleich unbedingt skillen Absolut genialer Move Deine Nachkampfschaden Versuch einen Bonusschaden, wenn du den Rücken triffst Auch nicht schlecht Wunderbar Wo ist der Penner jetzt? Ist hier soweit Ja, hier war die Brücke Das Eridium Oh ja, jetzt geht's los Oh mein Gott Ich hab dem die Birne abgeschossen Beziehungsweise den Helm Oh, der mag mich aber nicht Gott, kill nie das Ding schnell Fuck, wo war das denn? Kein Ding, ich hab den Der hat sich verwandelt in Badest Goliath Ja, nee, ist klar Ich stehe aber gleich wieder Ich denke Ja, der Typ übertreibt Mit der niedrigen Abklingzeit Ist aber nett für den Oh mein Gott, das regeneriert sich schnell Kann ich immer mich tarn hinter dir gehen Schön schnetzeln Okay, der muss uns nur hinterher rennen Nicht töten So, ich wollte den schon wieder Ja, ja Der rennt uns hinterher Ja, lass den Pass auf Lass dich nicht hauen Und Oh, ist die Slotmaschine dran Ja, ich hab die aktiviert für 209 Ich dachte, das war ne Kiste Ich werd bekommen Ja, ja, geht so Nehmen wir mal mit Verticken Ja, Beute oder kaufe zwölf blaue Objekte Die Trap ist da hinten, oder? Der rennt uns hinterher Ja Hallo Soll den in die Falle locken Das ist doch Genau Der rennt ja wie ein Berserk Ja, komm Oh, wie fein der das macht Der hat gehauen Der rennt wieder weg Warum macht der sowas? Ja Moment, laufen wir mal ein bisschen langsamer Ja, jetzt Wir waren ein bisschen zu weit weg Ich komme wieder hinterher Ich muss ja nochmal anschießen Hilfe Wie das aussieht, ey Oh, nicht wieder umdrehen Hier, hier, hier